Hallo meine Freunde, Entschuldigung, es hat Acht gebrochen, das ist der zweite Teil jetzt, habe ich mir gedacht, weil es einfach gerade so gut ist, am Laufen, weil wir sonst fast nie Freunde finden, doch er jetzt ist einfach, ich weiß wohin wir fahren, zum Apartment. So, ja, jetzt, falsche Richtung, andere Richtung, ja, so, nein, falsche Richtung, ja, nein, 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 falsche Richtung, ja, so, so geht's auch. Es ist ein Freund, nochmal zu sagen, von mir, in dem, das ist der zweite Teil. Boah, wir fahren jetzt zu seinem Apartment und wir schauen, was er so viele Autos hat, wir schauen uns ein bisschen an, was er so viele Autos hat. Er sieht richtig cool aus. Komm, wir gehen in die Garage, aber komm, du sollst fahren, nicht dich, weil ich will in deine Garage rein. Warte, dass er nachkommt, wir wollen in die Garage rein. Okay, warte. Apartment, oh nein. Das hier habe ich gerade gesehen, ein Jet hat uns gekillt. Okay, das bedeutet, wir gehen ihn abholen, mit einem eigenen Auto. Weil es so gut läuft, habe ich eben jetzt gerade den zweiten Teil gestartet. Hier, hier ist unser Wohnen, das ist besser gesagt. Hier, komm. Wir gehen in meine Garage rein. Garage gehen wir in meine rein. Und dann schauen wir mal, was so läuft dort drin. Sie sagen mir, ja, die Garage ist voll, bla bla bla. Jetzt muss ich einen Platz finden, doch es ist gar nicht so voll, wie sie sagen. Hier, wir machen das Auto hier hin. Welches Auto nehmen wir? Lies doch eins aus. Das hier, okay, dann nehmen. Oder sollen wir in dieses hier? Was? Bist so frech. Okay, wir nehmen das. So. Wir nehmen es. Halt. Weil du es so wolltest. Du kannst auch auswählen, wohin wir fahren. Liegt doch mal was aus. Oder soll ich? Sonst mache ich es. Ich mache es schnell. Ich gehe mir schnell was kaufen zum anziehen. Oder auch nicht. Ich weiß, was wir machen. Achtung. Der Jet. Wow. Der Jet hätte uns fast erwischt. Wir gehen hier rein. Wir gehen hier. Wir gehen hier hin. Wir gehen hier hin. Wenn du es so wolltest. Dann wirst du es hin. Wir lassen ihn zunen. Zuerst mal das. Dann hier. Hupe nicht. Motor auch nicht. Panzerung. Wow, hier gibt es richtig viel. Was ist das? Nö. Ich nehme hier was. Und was nehmen wir? Okay, komm probieren wir das hier. Nein, das geht nicht. Genau, wir haben zu wenig. Dann nehmen wir das hier. Nur mal ein Schild. Wir nehmen sicher mal das da. Das hier nehmen wir auch noch kostenlos drauf. Nein, komm, wir machen es wieder drauf. Ich glaube, ich nehme eine andere Farbe auf jeden Fall. So, das hier nehmen wir. Ja, ich will das verlassen. So, jetzt haben wir einen getunten Wagen. Jetzt gehen wir wieder nach Hause. Tja, aber wir passen richtig auf. nicht, dass er uns wieder erwischt. Nicht, dass er uns wieder erwischt. Wie bei dem anderen. Ja. 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 Ja, richtig. Ja, richtig cool Mann. hätte noch gefällt was sollen wir jetzt nehmen ließ dir doch wieder ein auto aus hallo ist ja ein auto aus aber wir gehen es dann nicht tunen sagt welches auto dieses ok dann nehmen wir dieses ok also dieses dieses hier oder nein kommen wir nehmen das nicht wir nehmen lieber welches nehmen wir sollen wir den hier nehmen kommen wir nehmen doch den da ok sonst hallo ich ohne dich ja wow Entschuldigung So, ich gehe nochmal rein Und hoffentlich ist er noch drin Ah, jetzt ist er wohl drauf Are you here? Wo ist der nur hin zu bange? Komm du da dai du da du da 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 Wow, jetzt haben wir jetzt kein vieles aufgedrückt. Komm, wir gehen hier nach hinten. So, wir machen jetzt die Kälte, weil jetzt gehen wir in mein Apartment rein, ah nein, dann gehen wir jetzt so einfach. Entschuldigung, wegen dem vorher reinreden, komm schon, hallo, du, komm, ja so. Ja, komm, wir gehen in den Lift. Ist er hier? Komm schon, er soll kommen, ja, ja. Er ist so lustig. Wir sind jetzt in meinem Apartment drin und eher typisch. Und ja, jetzt kommt es. Tschüss, bis zum nächsten Video. Vielleicht wird er auch wieder dabei sein. Wir spielen jetzt noch ein bisschen zusammen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Vielleicht wieder mit ihm, vielleicht wieder ohne ihn. Wir werden sehen. Okay. Tschüss und bis zum nächsten Let's Play. Wir verabschieden uns jetzt. Ja. Ich auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Video und ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.